Sind die Türen hier offen gespawnt? Sieht nicht aus, wäre hier jemand drin gewesen, weil hier drin ja auch alles zu ist. Belly Sticker mit Damaged. Wie kann der durch? Der kann echt durch die Wände? Ja, sehr geil. Beste Bugs ever. Ach, der ist die Streppe hochgelaufen. Sehr gut. Das ist so ein Bullshit, dieses Rumgelegge, ehrlich. Das wird ein Bugvideo.